Och mann Scheiß Licht Wie das nervt Alter Okay Ja ich glaube ich pass auf Am besten steht ihr Alle im Weg Och nö Ja das musst du Oh mein Gott habt ihr das gehört Schnell geh mal nachgucken Ja du auch komm schnell Guck mal nach wer war das Guck mal da unten Jemand bedroht die Dämmerung Bruder Alter Nein Hä? Och komm Ernsthaft Was ist das Hi Hallo Wuhu Wuhu Alter Alter Das gefällt mir nicht Was ist das Warum stehe ich im Scheiß Mond Das wird Das wird eine lange Nacht Wenn er zurückkommt Ja 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 Och ne Was ist das Was ist mit den Eintopfküchen passiert Ja Also irgendwo hier geht's runter Komm jetzt ja nicht auf die Idee Nee Alter Man Man muss bis hier her riechen Nee So Nee Hier ist zu Du Du brauchst ne Pause Wir haben doch jetzt gerade erst angefangen Hm Das erwähntest du schon So Ich bin froh wenn das alles vorbei ist Hier oben ist echt nix So geht's natürlich auch Ui Kohle Ähm Da fällt mir eigentlich ein Ich könnte es mir ja ein bisschen Einfach machen Hm Da unten war was Ja Da leuchtet was durch Ich Konzentrier dich mal Ah Ah Ob der das merkt Also wenn er das nicht gemerkt hat dann äh Tut's mir echt leid Aufpassen auf Fallen Gut statt Dynamite Äh Na 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 Erstmal ein bisschen umschauen hier Okay Na dann Na toll Na toll Licht Man kann den Fluss bis hier her riechen Findet ihr nicht? Oh geil Oh geil Mucksmäuschen still Schlich er sich die Finster beleuchteten Treppen hinunter Nicht ahnend Was ihn erwartet Oder wer ihn erwartet Als hätte ich es gerochen Als hätte ich es gerochen Yeah Ist da jemand? Scheint nicht so Trotzdem machen wir hier diesen mal So Diesen Hm Hm Mhm Dich nehmen wir doch auch mit Dich nehmen wir mit Inventarfall Ja was ist das? Ach das sind Pfeile Ah Das ist das Ursteinfragment Aber was ist das für eine Vorrichtung? Egal Ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen Ach nö Gut Dann müssen wir das gute Stück auch irgendwie hier rauskriegen Aber zuerst gucken wir uns hier mal um Hier scheint eh kein Sau zu sein Hm Toll Okay hier haben wir was Was das wohl macht Ich glaube ich guck mich erstmal noch ein bisschen um Okay hier haben wir auch zwei Stück Da unten dürfte eigentlich nichts mehr sein Nein Gut Okay Also wir haben Zählt das auch? Ne Wir haben zwei Ventile Und unten haben wir Einen Hebel Würde ich sagen Wollen wir erstmal hier Am Hebel Hier Okay Nee Äh Hehe Ach guck Wir übertreiben es mal ein bisschen Was haben wir hier? Damit kann ich den Finger bewegen Damit kann ich den Finger bewegen Also am meisten gerappelt hat es hier Jetzt einfach mal Suks und Tollerei was probieren Garrett hör auf zu flüstern Ich kann dich nicht verstehen wenn du flüsterst Was ist das? Also es rappelt schon mal extrem Ich glaub aber ich muss tatsächlich irgendwie was machen Da oben ist auch was Ein Zeil Ah da oben ist auch was Ein Zeil Hopp Allerao Hm. Ups. Ja. 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 Ah, cool. Jetzt liegt wieder alles hier an Ort und Stelle Inventar voll. Ah, da liegt noch was. Das ist wahrscheinlich so ein Seilpfeil. Da haben wir noch was. War hier? Hier war nix. Da haben wir noch was. Da machen wir mal Radau. Da machen wir mal größeren Radau. Dann machen wir den mal hier hin, das kleppert. Dann machen wir mal hier diesen. Dann nehmen wir ein Löseil. Dann bleibt der Dynamite jetzt mal. Vorsichtig. Was war das? Das nehme ich mit. Hübsch. Ach, das war's. Hier muss man gar nix machen, oder wat? Yeah. Ein verschwendeter Seilpfeil. Ich glaube, ich muss irgendwas... Ja, da unten blinkt was. Wenn ich nur wüsste... Ich hab was von einem Pfeil. Mit Pfeilen komm' ich hier nicht weit. Mit Pfeilen komm' ich hier nicht weit. Hm. Hä? Das ist die Frage der Frage. Womit könnte ich das Glas wohl brechen? Womit könnte ich auch gerne... Womit könnte ich noch mal kurz runter. So. Da unten hat irgendwas geblinkt, gell? Ja, da unten ist definitiv was, aber ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Können wir hier irgendwie was machen? Nö. Ha, 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 ha.